Also eigentlich möchte ich darüber gar nicht mehr sprechen, weil es langsam peinlich wird. Oh, das Wirtschaftspaket, das Wirtschaftspaket. Die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sagt jetzt also, ja, also man mache Fortschritte in den Gesprächen mit Finanzminister Mnuchin. Wieder sind die Futures über Nacht im Plus, genauso wie am Vortag, mit dem großen Fragezeichen, ob wir uns dann auch im Plus halten können. Denn Morgan Stanley betont, dass wir am Anfang einer Korrektur stehen könnten. Die Wahrscheinlichkeit eines Wirtschaftspakets ist immer noch gering vor den Präsidentschaftswahlen, denn auch der Senat muss seinen Segen erteilen, selbst wenn sich das Weiße Haus und Nancy Pelosi einigen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird vor den Wahlen, ist doch relativ gering. Die Unsicherheit an den Märkten hat vor allem mit zwei Faktoren zu tun. Zum einen mit der Tatsache, dass der Wahlausgang doch etwas enger ausfallen könnte, als der ein oder andere vermutet. In Ohio zum Beispiel, die Ergebnisse in Ohio waren immer ein sehr guter Indikator für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen. In Ohio liegen Biden und Trump Kopf an Kopf. Und in Florida, auch ganz wichtig für die Präsidentschaftswahlen, hat Biden gerade mal einen Vorsprung von eineinhalb Punkten. Das ist sehr eng, sehr knapp und erhöht eher noch die Gefahr, dass wir eine Anfechtung des Wahlergebnisses sehen. Warum sehen wir also mehr Volatilität? Warum sehen wir Abgabedruck? Naja, wir haben Präsidentschaftswahlen in Kürze und dementsprechend sollte man sich hier nicht wirklich wundern. Morgan Stanley betont also, dass wir am Anfang eine Korrektur stehen könnten. Der S&P 500 bewegt sich seit sechs Wochen in einer relativ weiten Handelsspanne. Wir haben den Widerstand bei 3.550 Punkten erneut getestet vor einigen Wochen und wir sind an dieser Marke erneut gescheitert. Und dementsprechend glaubt Morgan Stanley, dass wir also zumindest mal auf den 200-Tage-Durchschnitt im S&P zurückfallen dürften. Und das bedeutet also einen Rückgang bis auf 3.150 Punkten. Wir haben die Unsicherheit um den Wahlkampf. Wir haben die Unsicherheit, was ein Wirtschaftspaket betrifft. Und vor allem haben wir auch die Unsicherheit um Covid-19. In Irland hat man doch nun straffere Maßnahmen ergriffen, als der ein oder andere erwartet hatte. Wie dem auch sei, wenn man sich die anderen Restriktionen anschaut in Europa, dann sind die bei weitem nicht so rigoros ausgefallen wie im März, April. Aber wie gesagt, vieles ist möglich, auch leider das Unmögliche. Und dementsprechend ist es sicherlich ein Risikofaktor mehr, den man beachten sollte. Und eins ist dann auch interessant, wenn wir uns die Berichtssaison insgesamt mal anschauen, dann muss man feststellen, dass die meisten Ergebnisse, 86 Prozent, immerhin die Erwartung des Marktes schlagen. Interessant ist aber leider auch, dass die Aktien trotzdem meistens nicht positiv reagieren von diesen Meldungen und oft auch unter Druck stehen. Bei IBM wurden gestern Abend die Ergebnisse gemeldet. Jetzt muss man hier sagen, dass sowohl der Ertrag wie auch der Umsatz pre-announced wurde. Die Daten waren also schon bekannt. Keine große Überraschung hier. Wir haben im Cloud- und kognitiven Softwarebereich zunehmendes Umsatzwachstum. Das war erfreulich. In anderen Bereichen aber nimmt das Umsatzwachstum ab. Und vor allen Dingen, ja, die Steuerrate hat ein bisschen Rückenwind gegeben. Die wurde erfolgreich gemanagt. Letztendlich gesehen ist das Ergebnis von IBM, wie so oft, bei dem Unternehmen sehr gemischt ausgefallen. Und historisch betrachtet übrigens tendiert die Aktie nach Bekanntgabe der dritten Quartalszahlen meistens schwächer. In nur ein Drittel der Fälle, historisch betrachtet, geht es nach den Quartalsmeldungen bei IBM. Berg auf Logitech, die Aktie konnte im europäischen Handel schon deutlich zulegen. Sehr solide Ergebnisse. Der Umsatz plus 73 Prozent und die Aussichten werden auch angehoben. Hier also ein wirklicher Gewinner. Und heute Abend werden die Ergebnisse von Netflix gemeldet. Darauf will ich auch kurz eingehen. Der Umsatz soll bei knapp 6,4 Milliarden Dollar liegen. Das wäre ein Umsatz plus von 21 Prozent. Der Gewinn pro Aktie soll bei 2,13 Dollar liegen. Und was bei Netflix natürlich wichtig ist, ist das globale Abonnentenwachstum. Zweieinhalb Millionen netto Neuabonnenten werden erwartet. Auf dann insgesamt 195,4 Millionen. Es gibt aber einen Risikofaktor im dritten Quartal und das ist Nordamerika. Man hat im dritten Quartal den sehr umstrittenen französischen Film Cuties veröffentlicht. Cuties ist natürlich die englische Übersetzung. Hier wurde ein junges elfjähriges Mädchen begleitet. Das Marketingmaterial sei sehr provokant gewesen, sehr provozierend. Man habe Mädchen in Posen gezeigt, die sich in diesem Alter nicht gehören. Und da Amerika natürlich auch ein recht konservatives Land ist, sollen hier die Netto-Abonnentenzahlen gelitten haben. Wells Fargo schätzt, dass man insgesamt bis zu 28 Millionen Konten deaktiviert hat, rein aufgrund dieses Films. Die normale Kündigungsrate bei Netflix liegt bei sehr niedrigen 3,5 bis 4 Prozent. Im August war die Rate vermutlich achtmal so hoch. Und man könnte in den USA und Kanada einen Verlust an Netto-Abonnenten von 2 Millionen gesehen haben. Das ist das große Fragezeichen. Nicht jeder sieht es so skeptisch. Wells Fargo ist hier ganz klar im Lager der Bären. Bank of America glaubt hingegen, dass der Faktor wettgemacht werden kann. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass diese ohnehin sehr volatile Aktien nach Bekanntgabe der Ergebnisse hier unter Druck geraten könnte. Oder eben, wenn der Effekt nicht so groß sein dürfte wie befürchtet, dann kann die Aktie auch hier natürlich profitieren. Der Wert dürfte so oder so also sehr volatil ausfallen. Heute Morgen wird berichtet, dass wir heute noch die Klage, die Anti-Wettbewerbsklage gegen Alphabet sehen werden. Das berichtet unter anderem das Wall Street Journal, das berichten auch CNBC. Die Details stehen hier noch nicht fest. Es geht wahrscheinlich um den Vorwurf, dass man Unternehmen aufgekauft hat, um dafür zu sorgen, dass die Search Engine quasi als Default genutzt wird auf Smartphones. Das ist die Vermutung. Nochmals, die Aktie könnte negativ reagieren. Man muss sich hier nur bei einem eins im Klaren sein. Kein einziger demokratischer Generalstaatsanwalt ist Teil dieser Klagen. Und sollten wir eine blaue Welle sehen, könnte also dieses Thema auch relativ schnell wieder entkräftigt werden. Und abgesehen davon geht man davon aus, dass bei Alphabet die Quartalszahlen recht gut ausfallen werden. Das bringt mich aber zu einem weiteren skeptischen Kommentar zur Berichtssaison und insbesondere zu dem Tech-Sektor. JP Morgan betont also nochmals, dass der Tech-Sektor jetzt im dritten Quartals erstmals zeigen dürfte, dass man quasi Opfer seines eigenen Erfolgs wird. Was ist damit gemeint? Die Gewinnschätzungen sind derart stark nach oben revidiert worden, dass jetzt hier das Top erreicht sei. Und man sieht, dass das Tempo an Revidierung hier in dunkelblau gezeigt in der Grafik nachlässt. Mittlerweile auch leicht negativ ist, während in hellblau der Tech-Sektor trotzdem weiter outperformt hat. Dieser Gap, diese Lücke könnte sich schließen zugunsten anderer Sektoren an der Wall Street. Interessanterweise war es gestern auch der Tech-Sektor, der besonders stark getroffen wurde durch den Abverkauf. Intel steht in den Schlagzeilen. Hier verkauft man den NAND-Memory-Chip-Bereich an Hynix für 9 Milliarden Dollar in Cash. Hynix, der südkoreanische Chip-Hersteller, steigt damit in diesem Segment zur globalen Nummer 2 auf. Nach Samsung, Intel gehörte gestern im Vorfeld zu einer der wenigen Tech-Gewinner. Heute ist die Aktie allerdings unverändert. So, last but not least noch ein Blick auf die Ertragszahlen. Insgesamt, wie gesagt, überwiegend positiv. Wir haben BMW mit einem Pre-Announcement. Das füttert nochmal in diese ganze gute Nachrichtenlage der Automobilindustrie. Daimler hatte ja nun auch Pre-Announce mit guten Zahlen. GM berichtet, gute Absatzzahlen in China fort. Ebenfalls der Chip-Sektor, STM Microelectronics, auch ein Unternehmen, das sehr stark an die Automobilindustrie anlehnt. Alle Signale, dass das Business hier wieder anzieht. Obgleich natürlich die Covid-Entwicklungen hier ein möglicher Bremsklotz werden könnten. Die UBS auch wirklich gute Zahlen. Das Ergebnis vor Steuern plus 41% auf über 2 Milliarden und man stellt 1,5 Milliarden Dollar zur Seite für Aktienrückkäufe im kommenden Jahr. Da kann so manch eine andere Bank von träumen. UBS also hier positiv. Und am Rande bemerkt, Wreck-It-Bank-Käser ebenfalls mit guten Zahlen. Und das füttert so ein bisschen rein in Procter & Gamble, die heute Morgen auch gute Zahlen gemeldet haben. Der gleiche Tenor, solide Nachfrage für Consumer Products, der Gewinn und Umsatz bei Procter & Gamble über den Erwartungen, die Guidance, die Aussichten über den Erwartungen. Und ich bin gespannt, ich habe unter anderem persönlich auch Chlorox im Portfolio, ob hier nicht auch Chlorox den gleichen Trend sehen wird im Zuge der Quartalszahlen. Dann haben wir noch Lockheed Martin. Der Gewinn hier lag im Rahmen der Erwartung, der Umsatz war besser als erwartet, die Aussichten werden angehoben. Also in anderen Worten, der die Nachrichtenlage insgesamt bleibt, auf der bei Corporate America erst mal positiv. Positiv heißt nicht immer fantastisch. Positiv heißt vor allem, dass die Erwartungen geschlagen werden. Das darf man eben nicht vergessen. Deshalb muss man das immer relativ betrachten. Wenn ich morgens hier in der U-Bahn sitze oder abends mit dem Zug nach Hause fahre, ist es immer noch erschreckend zu sehen. Ich glaube, ich war gestern in meinem Zugabteil während der Rushhour der Einzige. Und im ganzen Zug waren wir vielleicht zehn Leute, wenn es hochkommt. Und das ist stückweit deprimierend. Und auch bei mir hier im Office, das gesamte Stockwerk, normalerweise 50 Personen. Ich bin immer noch hier mit einer weiteren Person. Wir sind nur zu zweit. So sieht nicht wirklich Erholung aus. Das ist sicherlich auch ein Risikofaktor, dass der Weg zurück zur Normalität länger dauern wird, als der eine oder andere realisiert. In dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.